hallo liebe camper einen wunderschönen guten abend bei uns auf dem kanal bei miga caravan in dingesbühl ja was zeige ich euch heute wir haben die cinderella toilette fertiggestellt die möchte ich euch zeigen wie sie aus wie sie geworden ist wie der ganze umbau geworden ist das fertige projekt macht euch selber bild die besitzer von dem tollen fahrzeug waren jedenfalls glaube ich sehr zufrieden also nein sie waren sehr zufrieden wie sie das fahrzeug bekommen haben sie haben sie auch gleich hier vor ort sind dann noch mal zwei tage länger blieben haben sie das ganze noch einmal angeschaut und haben es ausprobiert sind sehr begeistert top ich auch sehr schöner umbau geworden also muss ich wirklich sagen dann machen wir für einen ganz ganz lieben kunden und ich grüße euch an der stelle auch einen tournee fertig der steht noch hinten in der halle der wird nämlich nächste woche geholt da freue ich mich schon drauf und ich glaube ihr freut euch auch drauf den machen wir gerade fertig der kriegt noch ein paar zubehör sachen da bauen wir rüsten um auf lithium batterie dann kriegt er noch den wcs ladebooster rein ein fernsehsatz schüssel einen tollen radio mit navigationsgerät von der firma alpine ist da verbaut oder wird da gerade verbaut und dann kriegt er noch titronik alarmanlage und so weiter und so fort und da schauen wir mal kurz rein wie es da ausschaut wie weit da der stand ist und dann habe ich nur eine kleine anmerkung zum machen von meinem letzten video über diese airtune filter und zwar hat die firma airtune auch fleißig mitgearbeitet und die kommentare mit beantwortet ganz lieben dank an airtune in dem fall und zum zweiten möchte ich sagen kam immer wieder die anregung es wäre wohl besser man würde in der ansaugung die filter setzen weil dann bräuchte nur einen filter letztlich und es wäre effektiver jein also punkt eins technisch sehr schwer vom handling her weil die druma heizung in den meisten fällen an einen sehr unglücklichen ort verbaut ist wo man fast nicht hinkommt wo man das viertel der wohnmobil erst mal zerlegen muss weil blenden weg geschraubt werden muss und so weiter somit ist da schon mal ganz schwer einen einen filter einfach ranzumontieren ohne dass man schrauben lösen muss das wohnmobil lösen muss oder wände weg machen muss und so weiter und so fort la strada zum beispiel muss man das ganze hintere bett teilweise ausbauen um überhaupt an diese truma heizung zu kommen möchte ich einen laien in anführungszeichen einen camper nicht einfach zumuten wollen weil es muss vom handling her einfach schnell und fast ohne werkzeug gehen und das kann man so definitiv nicht bewerkstelligen das ist schon mal ein ganz ganz wesentlicher punkt der nächste noch wesentlicher punkt ist wir würden ja in die technische in die in die technische gegebenheit eingreifen und das wiederum würde bedeuten dass die garantie leistung schwierig zu gestalten ist weil dann kann sich natürlich auch eine firma truma hinstellen und kann sagen moment ihr habt eine technische veränderung an unserem gerät vorgenommen und somit erlischt die garantie und das geht auf gar keinen fall also um gottes willen das immer komplett raus und wir dürfen dieses gerät als gerät nicht anfassen das heißt ich kann das gerät nicht irgendwas anbauen zubauen oder sonst was das geht aus technischen und auch aus garantie rechtlichen gründen definitiv gar nicht also das ende vom lied ist man kann nur in den ausströmern was machen weil das ist kein gerät da drauf steht keine garantie leistung und der heizung entsprechend macht es nichts aus das wurde gemessen zu 99,9 prozent funktioniert es tadellos es gibt einen kleinen prozentsatz 0, prozent da habe ich ja in dem video erklärt wo die ausströmer kurze wege haben von der heizung oder zu wenig ausströmer generell sind dass die so knapp berechnet sind dass die gerade so funktionieren dafür gibt es aber auch wieder lösungen darum habe ich auch in dem video erwähnt wenn sowas der fall ist uns anrufen dann kreieren wir oder haben wir eine lösung dafür und das nur mal vor der allgemeinheit noch mal weil es kamen so viele anfragen und immer wieder die gleiche warum macht man das ganze nicht in der ansaug luft ich habe es jetzt erklärt warum nicht da gibt es fakto einfach keine möglichkeit und ja das wollte ich euch nur noch mal kurz auf dem weg mitgeben um einfach das verständnis dann kann muss ich nicht je einzelne frage da beantworten das schaffe ich fast von der zeit her nicht also jetzt würde ich sagen schwinden wir mal hinten in die werkstatt und schauen uns kurz in die neue an dann haben wir hier noch ein neues fahrzeug gekriegt einen hobby den haben wir aber noch nicht angefangen den haben wir bloß schon mal reingestellt der wird morgen los da wird morgen los gekriegt damit auch ein sehr schönes fahrzeug kriegt auch jede menge und das ganze schauen wir uns jetzt einfach mal in der nähe an also ab in die werkstatt so hier muss ich euch bei dem titanum chanson jetzt unseren mega umbau zeigen und zwar habe ich euch hier ja schon mal angedeutet wir haben eingebaut eine sind da relatoilette sind da relatoilette verbrennungstoilette funktionieren mit gas das heißt so schaut das ganze aus dass da sind die tütchen die sind immer auch dabei das sind so art filter tütchen ich hatte ja schon mal erklärt in einem video wo die dann eingelegt werden im trichter und dann waren die entsprechend auch mit runter gezogen weil da macht man sein geschäft rein damit auch nichts kleben bleibt an den wänden und dann wird dementsprechend der verbrennungsvorgang gestattet wichtig bei der ganzen installation das ganze muss auch hier im gasbuch eingetragen werden ganz wichtig und abgedrückt und abgenommen werden so und jetzt schauen wir uns den umbau mal an hier ist also seid mir bitte nicht böse aber das muss ich jetzt mal mein mitarbeiter detlef der das überwiegend hier gemacht hat natürlich auch der mark und alle mitarbeiter ganz klar aber bitte schaut euch den umbau an also das ist echt first class als ob das noch nie anders gewesen wäre genau so ist das praktiziert dann hat der kunde auch noch gleichzeitig hier ein neues waschbecken bekommen denn es war ein anderes waschbecken drin und an anderen wasserhahn wo sich der kunde rausgesucht hat wir haben jetzt hier weil das natürlich anders verarbeitet war eine platte draufgesetzt schaut finde ich mega geil aus so ein kleiner kontrast also kann man echt ja finde ich absolut hammer geil also ich bin mega begeistert auch hier unten die toilette hammer wie die eingebaut ist top der kanal geht zeitlich raus hier hinten in dem schrank nach oben man sieht hier gar nichts alles tipptopp ganz großes lob an meine jungs finde ich echt mega mega einbau schön gelungen super funktionell und natürlich hier aufmacht sieht man auch schon hier wie pip dann haben wir hier die klappe entsprechend mit den filtern also da kommt der filter rein dass da ist ja die klappe damit da eben nichts hängen bleibt klappe geht auf fällt runter und wuppdi wupp hat man dann die ganze geschichte hier jetzt zeigen wir euch das ganze auch noch mal im innenleben ich stelle euch mal kurz hier her so macht man es auf und hier unten haben wir dann die verbrennungssituation also sprich den aschbehälter einfach aufklipsen rausziehen und hier ist dann letztlich alles drin was an asche was rückstandslos verbrannt worden ist immer für diejenigen die fragen nein sie ist nicht sonderlich laut sicherlich macht sie geräusche habe es aber auch in einem video schon mal aufgenommen und zum zweiten sie sehr pflegeleicht man muss so gut wie nix pflegen oder machen an dem ding und zum dritten nach ungefähr anderthalb wochen dauerbenutzung muss man den aschbehälter erst ausleeren und das ist dann pure asche und das kommt dann einfach weg also das ist schon richtig geil also muss ich sagen also das ist auch die toilette wenn ich viel in meinem wohnmobil unterwegs wäre wo ich da definitiv auch verbauen würde ja den einbau wollte ich euch jetzt nur mal zeigen im detail wie er fertig ist wir haben sie ja schon mal angerissen wie wir angefangen haben so sieht das endprodukt aus also ich glaube das kann man sich echt sehen lassen haben wir wieder super arbeit geleistet funktionell alles top und ja ich bin begeistert um ich glaube heute um elf kommen die ersten und holen das ab und dann sind wir auch schon wieder gespannt wie es dann weitergeht mit dem nächsten da steht der tournee ein black edition nein quatsch ist keine black edition ist ein schwarzer tournee ganz normaler schwarzer tournee ein 640er wunderschönes fahrzeug also ich mag tournee unwahrscheinlich ich verflug es auch immer wieder wenn wir was dran bauen müssen an dem letzten tournee haben wir ja eine zuziehhilfe montiert wo man das video gemacht haben ast zuziehhilfe an dem tournee machen wir eben das schon bereits angekündigte also fangen wir mal von an hier haben wir ein schönes alpine navigationsradio verbaut tolle sache also richtig schönes radio muss ich wirklich sagen da sieht man viel drauf hat ein schönes display einfach zu bedienen echt tolles teil muss ich wirklich sagen dann geht es weiter hier hinten da bauen wir gerade den ladebooster ein hier nicht wundern der ist noch nicht konfiguriert darum blinkt er gerade aktuell noch rot weil er noch programmiert ist das wird immer am schluss bei uns durchgeführt wenn alles passt damit man auch gleich prüfen können dann haben wir eine bull dran 200 amperestunden verbaut dann haben wir die ganze verkabelung dementsprechend neu gestaltet das wird natürlich alles noch schön gemacht das ist noch nicht das endziel wir sehen hier alles schön sauber abgeklebt die ganzen kanten weil das holz damit da nichts beschädigt wird das ist uns immer ganz wichtig damit da alles schön safe bleibt und damit dann irgendetwas passiert und dann haben wir hier oben noch in den fernseh verbaut hier haben wir die steuerung von der satzschüssel hier haben wir den solar regler weil da ist ja auch eine solaranlage verbaut hier haben wir den wechselrichter ein- und ausschalter die fußbodenheizung und die warmwassertherme alles hier ordentlich verbaut hier steht der hobby der ist als nächstes dran bitte nicht wundern hier liegen gerade ein bisserl noch alte lampen und so weiter rum weil wir hier natürlich unsere neue werkstatt beleuchtung haben und die alten lampen die müssen alle noch aufgeräumt werden weg gemacht werden und so weiter halt da ist noch zugespernt da holen wir mal schnell den schlüssel hier schaut das fahrzeug echt schick aus ein schöner hobby das können wir ja so reinschauen also hier machen wir rein einen max wenn der kommt hier rein dann kommen zwei solarmodule drauf so weit ich jetzt in erinnerung habe lithium wechselrichter kommt rein der 2000er und nur etliches andere was wir hier verbauen aber wie gesagt da nehme ich euch dann natürlich wieder mit wenn es soweit ist schickes fahrzeug tolle sache tolle herausforderung wieder da oben haben wir die hobbysteuerung da werden wir dann unser panel machen von der solar quatsch vom wechselrichter und ja auf den umfrau freumische wieder das wird einmal ganz anders fahrzeug also ist auch sehr schön gefällt mir sehr gut vom querschnitt her sehr schön das einzige vielleicht wegen empfindlich weiß ich nicht überall so schöne glanzplatten schaut schick aus aber zack machen wir mal lichtern läuft die pumpe klar weil die wasserhände offen waren ja mal die schöne hobbysteuerung muss ich sagen die gefällt mir wirklich sehr gut also das hat hobby also im verhältnis zu manchen anderen schön wertig gelöst schönes display schöne drucktasten trotzdem noch da also da muss ich sagen bin ich schon mal echt begeistert hier kann man einmal durch drehen hier durchwählen man kann aber direkt drücken und durchwählen finde ich echt tolle sache man kann hier die wasserstände abrufen dementsprechend alarm ein ausschalten hier geht man wieder zurück hier kann man weitergehen einfach durchblättern und wieder zurückgehen also das ist schon echt gefällt mir sehr gut also muss man sagen oder hier halt durchdrehen hier können wir die batterien angucken da sieht man die batterien stand was gerade raus geht in ampere entsprechend aufbau start batterie ist also echt super gelöst gefällt mir ganz gut muss man sagen arbeitsplatte in glanz ja das ist immer so ein bisschen geschmackssache also wer es mag ja nicht so seiten matt ist das aber es geht schaut schick aus gefällt mir sehr gut da hinten haben wir dann natürlich die einzelbetten auch sehr schön da oben kommt dann der max win rein also echt top dann haben wir hier das badezimmer auch sehr schön muss ich echt sagen schönes badezimmer gefällt mir und die sitzgruppe schaut auch schön gemütlich aus großer tisch also echt ein schönes auto genau da freuen wir uns schon drauf dem baum jetzt um und ja dann schauen wir weiter wie es hier wieder geht weil die woche ist richtig was los und dann haben wir ja schon den nächsten am statt wo wir die woche noch anfangen also es geht jetzt hier schlag auf schlag so vor weihnachten also richtig was zu tun da freuen wir uns bitte nicht wundern jetzt sind wir in unserem in unserer küche unserer mitarbeiter küche das wollte ich euch auch mal zeigen hier machen unsere mitarbeiter immer pause hier haben wir extra küche eingebaut da können die mitarbeiter sich auch was zu essen machen oder selber was warm machen oder auch was mitbringen und auch für uns manchmal ganz gut weil mir viele stunden da sind warum ich jetzt hier bin ist natürlich nicht weil ich euch das zeigen wollte aber das wollte ich euch zeigen mensch ist das netter hammer also schaut euch mal bitte diese plätzchen an wahnsinn haben wir heute von ganz lieben kunden bekommen also ich bin mega beeindruckt das ist der absolute hammer und hier sind überall meine lieblings plätzchen dabei hier 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 oh gott ich könnte sterben dafür ich muss mich so beherrschen dass der teller nicht heute schon weg ist das ist der käskuchen den hat meine frau gebacken den hat meine frau für mich gemacht und meine mitarbeiter haben dann heute gegessen also ich das ist mein letztes stück da habe ich noch gar nicht reingeschaut was da drin ist bestimmt auch was leckeres dann haben wir hier guckt mal dresdner christstollen leute ihr seid echter hammer dafür ganz 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 lieben dank in meinem namen und auch von meinen mitarbeitern also echt ihr seid der knaller ihr seid echter oberknaller das ist so lieb von euch so lecker so lieb so viel motivation ganz lieben dank dafür und da revanchieren wir uns auf alle fälle so wie es auch wieder weitergeht ganz arg dafür ich sage nur danke da sind wir immer echt so ein bisschen sprachlos und da bleibt uns nur übrig danke zu sagen ja und hier geht es gleich weiter und das muss ich euch auch noch zeigen weil das fände ich so lieb schaut mal katja und micha frohe weihnachten mhm lecker und was trinkt der tobi am liebsten tobi ein paulana spezi frohe weihnachten das haben sie da gelassen für ein tobi ist es nicht süß also ich finde es echt mega geil und ja ich kann wie immer nur danke 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 sagen aber echt ihr seid einfach spitze mega ja verlauter danke sagen ist das video jetzt vielleicht wieder doch ein bisschen länger worden aber ich glaube es ist noch gar nicht zu lang aber dennoch wirklich mega ganz lieben dank ich hoffe das video hat euch wieder ein bisserl gefallen die sind der rela toilette der tournee über anregungen in den kommentaren wie immer freue ich mich tierisch einfach so ein bisschen content und bisschen drüber reden euer meinung ist uns immer wichtig also auch da freuen uns natürlich immer wenn rege diskussionen zustande finden oder ideen stattfinden das ist immer tolle sache ja in dem sinn verabschiede ich mich bei euch ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend ich hoffe ihr hattet alle einen wunderschönen zweiten advent wenn es weiter belustigt und interessiert könnt ihr gern früh um neun immer unseren adventskalender angucken und ansonsten sehen wir uns wieder bei unserem nächsten technik video die woche und bis dahin passt auf euch auf bleibt weiter gesund alles gute schöne grüße aus dinkelspül macht es gut ciao ciao